Das Death Note fungiert als Bindeglied zwischen dem Menschenleid und dem Shinigami Ryuk. Lecker. Wie nennt ihr sowas noch gleich? Moin, Jungs! Der Huster bleibt drin. Ich muss so eine Mehrbilder-Geschichte machen. Warte mal, habe ich schon gezeichnet? Und damit erkennt man nämlich immer die besten Sachen. Ach, jetzt weiß ich wieder. Oh, Windows! Warum ist es nicht Windows? Warte, ja, witzig, wie markiere ich das denn? Halt so, Sitze, Digger. Menschen. Dann noch du, 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 du. Polizeiwerbung! Eine Wirbelsäule? Polizeiwirbelsäule? Kinowirbelsäule? Äh, jetzt muss ich eigentlich das Einfachste zeichnen, was aber viel zu doof wäre, würde ich das als erstes zeichnen. Wuh, 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 äh, Plätzchen. And, who the fuck cares, ne? Ach, ne, Tint, Affe, das ist ja ein Wort, kann ich drin haben, ne? Digger, geil, ey, du machst mir nur mehr Schneideraufwand, du dummer Hund. Hm, weißt du, was ich da drin sehe? Goofy. Das soll Schosuke sein, kann das sein? Da kennst du die Crusaders immer mit den Muttern an den Armen. Digger, er trägt einfach bauchfrei, so sieht das aus. Da, das, der, der hat einfach einen Arsch auf der Brust, so sieht das aus. Oh, oh, das ist Mario. Ja, dachtest du, das ist dein Mund, oder was? Ähm, aber, ach Gott, warte. Junge, du kannst nicht schreiben. Ich muss mir nur kurz ne Location ausdenken. Es geht halt um Thaddeus. Ja, auf was könnte Tim hinauswollen? Mann, ist das ein behinderter Patrick geworden. Jetzt kommt wieder der Thaddeus. Z- ähm, z- Nass. Flach. Schach. Das ist ein Nachthem! Wie lange ist das überhaupt ne Feuerqualle, Digger? Ähm, doch, das ist aber ein langes Wort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Ich wirst es erkennen, wenn ich es sehe. Oh, ein Gras wächst rein. Egal, das kann ja nicht so richtig sein. Ein Kameramann. Aha. Ich glaube, ich weiß es. Unterwasserdokument. Ich wette, ich bin ganz nah. Ne, ist das was an... Och, oh shit, ich weiß es. Das ist aber an. Ich bin nah, mal einfügen. Mal gucken, wie schlau ihr beide so seid. Eigentlich bin ich der Meinung, wenn ihr seid ja eh ganz schlau, ne? Warte, warte, warte. Wop. Re... Regal! Deeeeeeeseel. Ja, z- GAS! Wie hat... Oh, ich hatte noch eine ganz lustige Idee eigentlich. Shit ist das Wort. Wop. So. Damit das Ganze noch... Ticken schöner aussieht hier. Zack, 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 zack. Lass mich mal überlegen, wie das aussieht. Ähm... Ah... Ich glaube so... Wie... Sternenzerstörer. Irgendwas da, wo hast du denn da safe? Oder warum hast du sonst einen Hammer gezeichnet? Raumschiff. Welt. Raumschiff. Ich hätte schon können, das habe ich schon mal gezeichnet, deswegen... Hoppla! Willst du mich ficken, oder was? Leif, sag mal was. Meine geistlich-moralischen Mechanismen sind... ...mysteriös und komplex. ...komplex. Meine geistlich-moralischen Mechanismen sind...